Buongiorno Genossen, weiter geht's mit Super Mario 64 Und wir springen mal wieder in die Wand hinein, wieder in die Wüste Wir müssen den Scheiß ja fertig kriegen Wir suchen sofort die, ohne Unschweife, die 100 Münzen Boah, das war jetzt etwas friskant Aber egal Wir haben es ja geschafft Äh, äh, wo springst du hin? Boah Boah Was ist denn so eine Scheiße hier? Geht kaputt Hat der sich kaputt gemacht? Immer diese Selbstmordattentäter Er ist mein Kopf über in den Kaktus Auch geil Komm her Ich drehe dir in den Arsch Oder mach dich mit dem Körper kaputt Bäm So, jetzt sind da diese Goombas dran Die mach ich platt Im wahrsten Sinne des Wortes Renn doch nicht weg Bleib stehen Ah Tod So, den gegen die Säule schmeißen Na, jetzt Wieder hochkommen Wo sind die denn hin? Ach, sind die weg? So So Kameradrehen Da ist wieder eine Bombe Die gibt aber keine Münzen mehr So Fliegen wir zur Kanone, holen uns die Münzen in der Luft. Das scheint mir jetzt am intelligentesten, obwohl, scheiße, ich hab den einen Kaktus vergessen. Ab in die Kanone, Gantboyer, wir schießen wieder mit Menschen. Warum sind da eigentlich Fragezeichen auf den Dings? So ein Blödsinn. Oh, Mann. Und jetzt werden wir langsam, jetzt kriege ich die anderen beiden Münzen nicht mehr. So eine Scheiße. Oh, 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 verdammt. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich drehe erstmal den Kaktus hier in den Arsch und dann gehe ich wieder hoch auf die Plattform. Komm her! Ja, es ist nicht Super Mario, es ist in Wirklichkeit, es ist Chuck Norris. Missbrauche nicht den Namen Chuck Norris. Siss. Siss. Das war ja grad. Ein Fehlstart. Ich glaub, da oben war noch eine. What the fuck? Ähm. Was soll denn der Scheiß? Was? Ey, du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Ah, älte Scheiße. Weißt du was? Komm her, ich mach dich platt. Boah. Blöder Scheißvieh. Wohin war jetzt mir hier schön in die Wallachei geportet. Was für eine Kacke. Hab ich die Münze da hinten geholt? Ich weiß es nicht. Nimm mich nicht auf den Sack, Pissvieh. Klautet mir die Mütze. Ah, nicht schon wieder! Was soll das denn? Komm her! Kann man das Vieh irgendwie killen? Oh. Hm. Scheiß Block. Geh mir aus dem Weg. So. So, dann wieder da rüber. Boah, jetzt dreht sich die Kamera nicht so hin, wie ich sie brauche. Boah. Aufregung hier. Rein da. So, die letzte Münze ist da oben. Dann gehen wir auch mit Vollgas. Und dann gehen wir auch jetzt in die Pyramide. Hoffentlich sind da die letzten dreh dich. Kamera, sind hier oben welche? Nein. Okay. Dann sollen sie mich mal das kann mich auch mal rein in die Pyramide. So, zum ersten Mal regulär in der Pyramide. Hier war ein Scheiter. und Predigt-Kamera. Und das waren alle. Ach, fuck. Fuck. Komm. Mal. Sehr schön. Platt. Platt. Äh, nee. Das... Komm. Na, egal. Gehen wir den regulären Weg. Dann warten wir auch wieder auf welche Goombas auf uns. Und ein Taler kann ja immer entscheidend sein. Komm. Ach. Oh, Mann. Geh weg. Geh weg. 73. Scheiße, 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 scheiße. Da, da geht's lang. Toll, Leben brauche ich nicht. So, was gab's da? Eine Kiste. Mal sehen, hoffentlich ist es nicht nur ein blöd Leben. Doch. Da. So. Ah, da gibt's Münzen für uns. Mach. Ich komme hier vor wie ein Dschungelcamp. Nur ohne Dschungel. Und ohne Ekel. Boah. Die Kamera ist mal wieder ganz toll mit... Äh... Och. Ja, hier. Kriegst du auf den Kopf. Fertig. Ihr beiden auch noch. Ja, das macht Spaß. Leute, auf den Kopf springen. Und da drücken der kleinen Leute... So, langkangeln. Wie? Was? Früher gab's doch... Gladiator! Auf DSF damals noch. War ich früher gerne geguckt, muss ich sagen. Zusammen mit meinem Bruder. Mit dem alten Bluder. Ja, Gladiator und danach kam Wrestling. Damals noch mit dem alten Undertaker. War hier nicht auch noch? Ach, verdammt. Nein, 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 nein. Boah, 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 boah. Ach, weniger als 10 mehr konzentrieren. Mist, jetzt bin ich wieder auf der falschen Seite, wa? Oh ja, fuck. Ach, komm. Komm runter. Au. Dann halt abkürzen. Dann wird wohl eine längere Folge. Verdammt. So, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Ja. Lass mich nicht von dir behindern, Scheißvieh. So, ein bisschen leben. So. Und gleich haben wir... Sehr schön. Sehr schön. Yeah. Und der Münzen und der... Nächste Stern ist eigentlich nur noch um die Ecke, sozusagen. Äh, scheiß Stromkuh gehen. Schnell rüberrennen. Randa. Kamera drehen. Und auf den Fiek rumspringen. Boah. Ah. Ich sehe wieder nicht, wo was ist. Okay. Den kennen wir ja schon. Da haben wir ihn. Here we go. I have the Power Stern. Ja, 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 ran. Zwei Power Sterne. Eigentlich eine magere Ausbeute. Aber das ist halt ein bisschen anstrengender in der Pyramide. Und in der Wüste. Ja, und dann halt bis zum nächsten Mal. Dann wollen wir den nächsten, den letzten Stern dieser Welt. Und bis dahin. Glück auf, Genossen. Bis dann. Bis dann.